äh, okay, äh, wie nehm ich jetzt, äh, okay, Co-Op, glaub ich, ne? Co-Op spielen? Nein. Nicht? Ich lad, ich lad dich ein. Du lädst mir ein, oh, das ist nett, alleine wüsste ich jetzt nicht, wie ich in den Server reinkommen würde. Server vielleicht? Oh, jetzt bin ich auf Server stellen gegangen. Du bist ja nicht mal online, du Sau. Was, ich bin nicht mal online? Nein. Höh? Egal, komm. Ja, ich hab mich offline, äh, eingestellt, äh, irgendwas. Idiot. Ah, jetzt hab ich's gefunden, okay. Erneuern, erneuern, zurzeit spielt keiner ihrer Freunde. Vielleicht, weil ich keine Freunde habe. Ahaha. I don't have any friends. Und, äh. Hä? Du kannst es mich doch einladen, oder? Ja, bin du online bürstet. Achso, ich muss mich erst, okay, äh, ja. Gut, dann schalte ich mich... Loki, Loki, äh, verdammt, äh. Ah, jetzt auch. Ich komme, ich komme durch. Ah, jetzt hab ich spielen, welche, äh, scheiße, wir sind verfeindet. Nein, egal. Ach, übrigens, Leute, ich habe einen neuen Avatar, äh, ich hoffe, ihr mögt den. Oder vielleicht auch nicht. Ich mag Avatar nicht. Ja, den Film, Max. Oh. Du spielst als Pajo, okay. Oh Gott, ich muss mich hier wieder hinein ver-... F... Popisism. ...span! Ne, ja, verpissen hier. Was ist Mountain Lab? Ich mach mal Nein. Mir gefällt die Karte nicht. Ja, sag Nein. Warum spiel ich als Sniper? Ich bin voll scheiße mit Sniper. Egal. Dann spiel Pallrund. Bei Flammenwerfen rennt nur geradeaus. Das ist mir ein bisschen zu Mainstream. Da machst du immer Kills. Das ist echt der Wahnsinn. Verdammt, ich bin der Einzige hier. Ich bin der Einzige hier. Der einen schönen Avatar hat. Verdammt. Egal. Oder? Bin ich der Einzige hier? Ich denke schon. Ich hab auch einen. Hey, wir haben alle keine Avatare. Also du und ich. Ja, da haben mehrere Avatare, aber nicht alle haben so einen Avatar wie den ich habe. Achso, bei mir werden nur bei dir und mir der Avatar angezeigt. Cool. Oh Gott. Äh, wo seid ihr denn? Ah, es kommt das leer. Ich kenne die Map gar nicht. Ich muss mich hier. Scheiße, ich kenne die Map nicht. Kann sein, dass ich einmal gezockt habe. Aber ich kenne sie nicht. So gut. Was? Hä? Du bist ja auch nicht. Was geht hier ab? Geisterstadt. Oh, das Ball! Nein! Dann solltest du mich steel zocken. Was für ein Ding? Wenn du das erste Mal auf der Karte steel zockst, also diese Karte hier. Dann kennst du dich überhaupt nicht aus. Das ist immer so. Okay, ich mache jetzt die Taktik, die du mir geraten hast. Was? Jetzt mache ich die Taktik, die du mir vorhin geraten hast. Ich renne hier einfach ohne nachzudenken mit dem Regenbogenwerfer da durch. Jetzt mache ich mich jetzt auch hier mit dem Rainblower. Genau, das macht jeder Profi so. Jo. Da machst du immer Kills mit. Der Professional Tier 2 Gamer. Einfach nur B3 und Maus 1. Hey, es funktioniert! Deine Taktik scheint zu wir- Nein. Marketenwerfer, Mods mäßig, Spessel, was? Egal. Ach übrigens, es kann sein, dass ihr leider im Hintergrund ein lautes Dröhnen hört. Das ist mein Rechner, der gerade wegen dieser schönen Grafik hier heiß läuft. Oder vielleicht auch kalt läuft, ich bin mir nicht sicher. Eins von beiden. Okay, wo geht es hier lang? Ich verfolge einfach den Scout, der wird mich schon irgendwo hinführen. Oh scheiße, wer hat die Sentry reingestellt? Ach, ich bin immer noch der Einzige hier. Super mit so einem schönen Avatar. Das war grad so cool. Ich bin nämlich mit meinem Vorschlaghammer gegen so eine Sentry vom Engineer gelaufen. Hab sie kaputt gehauen und anschließend ihn. Heavy, 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 Heavy. Was? Sorry, ich war grad nicht aufmerksam. Du musst Heavy jagen. Okay. Ich schau's mir dann in der Aufnahme an, was du gesagt hast. Alles klar. Es war nur ein richtiges Ereignis. Eins, was mich sehr berührt hat. Ja. Ja. Verdammt, die Leute hier sind zu gut. Oder ich bin zu schlecht. Ich hab grad mal einen Punkt. Ich bin irgendwie voll schlecht teilweise. Das sind eben diese Gratis-Spieler, die das Spiel zweimal starten und nie wieder. Ah, also so wie ich quasi fast. Ja, so und ähnlich, ja. Kann man so sehen. Was? Was willst du? Achso, der will... Ah, ja, 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 ja. Warum spiel ich jetzt mit Medic? Warum hab ich grade den Medic genommen? Weil ihr einen Medic braucht's. Nee, warum wir nicht? Ja doch, eigentlich schon. Du hast recht. Boah, 5 NGs. Wir haben zum Beispiel keinen Medic. Aber wir geben ihn trotzdem. Verdammt, wir verlieren ganz klar. Ich glaube, mein Team ist schlecht. Ja, ich glaub schon. Kann sein, ja. Oder du bist einfach nur schlecht. Oder ich bin einfach nur schlecht. Oder beides. Oder auch beides. Oh, scheiße. Ach, bist du dieser Demoman? Nee. Ich spiel immer noch als Spyro. Achso. Ha! 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 Lass mich hier nur! Ich hab dich gewarnt! Oh nein! Ich muss mich verstecken. Genau, da oben finden sie mich nicht. So. Hier camp ich jetzt. Das ist der sicherste Platz ever. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, ein Kontrollpunkt. Kann ich den einnehmen? Nein! Verdammt, wo bin ich jetzt? Ich bin ja hier im Nevada gerade. Und ich weiß nicht, wo es lang geht. Oh, jetzt bin ich bei... Ich bin jetzt beim blauen Spawn, Tobi. Da bist du richtig. Ich glaube, das sind die meisten von meinem Team. Ihr müsst schon verteidigen, das weißt du, gell? Ja, das ist mir schon klar. Weißt du, wie man dieses Spiel spielt? Äh, mit der Maus und der Tastatur. Also... Es heißt Team Fortress. Es ist Free-to-Play. Man rennt nur blöd rum. Und ballen ein paar Leute ab. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Ich verliere gleich. Genau, hier finden sie mich nicht. Hier. Das ist der sicherste Platz der Welt. Ich glaube, ich bin in Sicherheit. Hier findet mich bestimmt niemand. Quadra... Was heißt das? Ist es... Irgendeine Sprache, die ich nicht kenne? Ja, die Quadratensprache. Was hab ich denn da? Das Original, oder? Heißt die doch. Hier werden die Waffen noch nicht eben gezeigt. Wie bitte? Äh, der ist wie ein normaler Raketenwerfer, das Original. Das weißt du, oder? Ja, ich denk schon. Aber bei mir sieht die Waffe komplett... Hehehe, mein Penis. Hehehe. Ja, genau. Das macht die Waffe aus. Hey Leute, wollt ihr mal was Großes sehen? Hier, das Original. Von Leibniz. Nein. Hehehe. 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 Es sieht voll pervers aus. Entschuldigung. Ich wähle eine andere Waffe. So lange du niemanden deinen Raketenwerfer und den Rücken reinramscht. Oder in den... Oh! Ich sag's besser nicht. Weil das wird jetzt echt akku. Oh scheiße. Ja, ich hab ein paar erwischt. Ich bin so gut. Ah, ich hab wieder ein paar erwischt. Like a boss. Like a bus. Like a bus. Like a bus. Like an omnibus. Was machst du? Oh Gott. Oh. Hey Leute. Ah, da ist jemand. Ah. 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 Nein. Tobi. Was warst du das? Nein. Das war nur ein Typ mit nem Pony-Avatar. Oh. Dem einzigen Avatar. Der ist aber schuld, wenn du Rakete auf mich feuerst. Der ist aber schuld, wenn du da stehst. Der ist aber schuld, wenn du da stehst. Ich kann da nix für. Ich hab dich grad gegriffen. Ich hab dich gekillt, aber ist ja egal. Ja, ist aber. Scheiße. Was mach ich da eigentlich? Ich für Angies haben wir eigentlich. Muss mal schauen. Nur zwei. Die Betonung liegt auf nur. Dann brauchen wir sicherlich einen. Erstmal die Ausrüstung ändern. Zwei Angies sind doch super. Wir haben gar keinen. Ja klar. Ihr greift ja auch an. Zur Zeit. Ja gut. Teleporter können wir immer brauchen. Der Kurzschluss. Beim Abfeuern generiert ein Elektrofeld, das Projektile zerstört und die Gegner vor dem Spieler verletzt. Das ist ne Laser-Kanone. Aha. Laser-Kanone. Amma Fallen. Mal Laser. Brauch ich glaub ich nicht. Der Promzen 6000. Gut. Da hab ich da irgendwas noch hier. Verspottung. Okay. Ja. Nimm ich sowas. Und nur als Warnung. Nö. Als kleine Warnung. Als Warnung, dass du ne Warnung aussprich. Verdammt. Das war die Warnung für die Warnung. Eine doppelte Warnung. Soll ich sagen, was doch besser ist? Ne Warnung für die Warnung für die Warnung. Triple Warnung. Wenn du dann nicht drauf eingestellt bist, dann ist schlecht. Verdammt. Ich hab die falsche... Ich hab die falsche Dingens. Sensi-Werfe wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Jetzt haben wir inzwischen schon vier Ingenieure. Ja, wer's braucht, ne? Ja, hoffe. Ich glaub unser Team braucht das garantiert. Verdammt. Ich kenn die Map nicht. Ich bin grade bei... Oh Gott! Lass mich in Ruhe! Lass mich bitte in Ruhe! Hier! Fristen meine Sentry! Nein! Alarm! Angriff auf unseren letzten Kontrollpunkt! Scheiße! Jetzt bin ich grade in einem tiefen Abgrund rückwärts reingelaufen. Aus Panik. Und meine Sentry ist auch zerstört. Rest in Peace Sentry. Ach, was soll's? Nämlich ne andere Waffe. Ne, klasse mein ich. Nein! Nicht wieder den Penis! Weg! 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 Iiiiih! Bäh! Da wird der Part erwachsen, wenn es so weitergeht. So! Blackbox! Meine Lieblingswaffe! Scheißendrich! Äh, wo ist denn hier das Schlachtfeld? Da ist das Schlachtfeld! So! Äh, hier! Ah! Sniper! Ah! Wobei, hier passt's besser! Hier passt's besser! Verdammt! So! Ah! Wollte jemand auf mich schießen! Machst du das? Spielst du als Sniper? Gestehe! Ja! Cool! Ich hab dich erlarvt! Erlarvt! Ja! Entfarrt! Und erwischt! Cool! Hast du ihn eigentlich nicht, aber sehr wohl! Außer du heißt... Wie heißt der? Stüsiek! Stüsiek! Sie stoppten Russe! Ui, so viele Leichen! Was Russen? Stüsiek! Wie hört sich das an, der Name? Was? Stüsiek! Stüsiek! Ha! Hört sich irgendwie so Stüsiek-mäßig an! Schon, gell? Ah! Der dritte von Team Rhodes! Also ihr habt's in eurem Team wirklich zwei D-Moment, die nur, ähm, Granaten rumschmeißen. Also spamen. Du weißt schon, dieser fette Hügel da bei A? Ja! Das sind drei D- oder zwei D-Moment, die durchgehend Granaten drüber schießen. Das ist voll das Chaos auf der anderen Seite. Ja, auch eine Möglichkeit, dass sie finden. Das ist wie ein Nukleark-Gitter. Überall schlagen Raketen und Granaten ein. Explosionen, boom! Tot und Zerstörung! Wie bei mir ist der, äh, äh, Emetic fast, ne? Scheiße, ich bin vergiftet, oder? Fliegt da Granaten rum, er mit dem hätte ich denke schon, oder? Äh, nur Soldiers da, glaub ich. Wo ist das? Und dies! Und jenes! Verdammt, ich... Ich mach zwar Schaden, aber ich mach keine Kills. Ich glaub, ich hab ein Problem. Das Ball... Oh, gerne. Hab ich jetzt grad gestartet. Das Ball kenn ich immerhin. Ja eben. Stirps! Wie kann man, äh, das wurde jetzt geändert, das mit diesen Verspotten da. Wie geht das jetzt? Welche Taste? Auf G. G. Ne, ich meine, äh, das Auslachen. Achso, äh, da musst du dann mit da rein? Das hab ich schon. Komm, bist du mit M rein? Bist du drin, oder? Ah, ich glaub für ein Ding hab ich's noch nicht eingestellt, für ein Soldier. Das musst du jetzt für jede Klasse einstellen. Ja. Die Tauts. Du bist ja im Inventer, oder? Ähm, ja. In der Mitte, in der unteren Hälfte darfst du jetzt... Ja, ja, ich weiß schon wo es ist, ich hab's vorhin schon gesehen. Okay, okay, alles klar. Das erste Mal Teamforto ist seit dem Video, oder? Ja. Ah, ja. Das geht ja relativ schnell jetzt hier. Und schon sind wir wieder drin. Äh, Team Rot bist du, okay. Ich bin im Roten Team. Jetzt warten alle bis Team... Bis jemand in Team Blau geht, damit sie... NEIN! Oh, da war jemand schneller als ich. Ja! I get the best place. Das ist gut. Behind you. Ah, Moment muss erst... Hier, zack. Kennst du den schon? Kennst du den schon? Moment. Ah, ich hab den nicht. Du kannst schon mitmachen. Einfach geh drücken. Geh. Einfach taunt vor mir. Mach nochmal. Homodance würde er GLP jetzt sagen. Mission startet in 30 Sekunden. Er mag schon GLP, also ich nicht. Um mal ganz objektiv zu bleiben. Ich äußere mich jetzt nicht zu dem, weil ich sonst gewisse Hater-Mails vielleicht von gewissen Abonnenten von ihm bekommen würde. Gratsch. Vielleicht. Vielleicht. Ich hab erst mal gesagt, wieso ich ihn eigentlich nicht mag. Du weißt ja wieso. Also ich hab nix gegen den, muss ich zugeben. Oh Gott, es geht ja gleich los. Fuck. Scheiße Dreck. Und ich, ich geh hier dahin. Ich Genie. Ich Genie. Du dumm. Ich Genie. Ich mach jetzt das, was alle Genies machen. Ich schieße sinnlosen. Ich schieße sinnlosen Raketen. Ich schieße sinnlosen Raketen. Oh nein. Sie hat mein Paaro, der vorwärts rennt. Äh. Mensch. Ja, ich hab ihn erwischt. Verdammt. Meine Position ist fett für den Arsch. Fuck, da hat mir jemand mein Kegel geklaut. Oder mein Job. Oder eins von beiden. Oder beides. Verdammt. Ah. Oh. Alle nochmal gut gegangen. Was? Errungenschaftsfortschritt. Hamburger. You shall not pass. Ich bin wie Gandalf. Ich war wie Gandalf. Aber Gandalf ist ja auch gestorben. Durch sowas. Ne, ist er nicht. Doch, der hat sich ja geopfert. Es wurde Zeit mit zugefügt. Es haben nicht gestorben. Ja stimmt, der ist dann wieder auferstanden. Als Gandalf der Weiße, soweit ich weiß. Ich hab den Film erst einmal gesehen. Ist richtig. Gandalf der Weiße. Ob es auch ein Gandalf den Schwarzen gibt. Ohne jetzt rassistisch sein zu wollen. Was? Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Jawoll. Das war es knapp. Die letzte Sekunde. Hast du uns den hinteren gerettet? Ja. Was ist das denn für eine Waffe? Ich hab hier Waffen, die ich gar nicht kenne. Hackebeil. Hackebeil. Das Hackerbeil. Ich war schon hecke ins Knie. Okay. Wir brauchen einen Engine mit einer Sentry. Hätte ich jetzt mal benautet. Ich übernehme den Job nicht. Kein Bock drauf. Oh Gott. Da ist irgendwo ein Pio. Ein Pio. Pio. Was ist ein Pio? Da kommt ein Pio. Da kommt ein Fahrteil. Aus Italien. Pio. Alter, wie schnell bin ich? Ich bin doch viel zu schnell. Mit was spiel ich nicht? Äh, du weißt was. Scout, aber ich bin hier schneller als sonst. Viel schneller. Feuer, Feuer, Feuer! Kommt mir so vor. Also, dass man mit Scout schnell ist, weiß ich aber. So schnell gleich? Ich bin schon nicht mehr gewohnt. Hätte ich jetzt mal gesagt. Könnte es vielleicht sein. Das war schon krass schnell. Verdammt, wir verlieren. Wir brauchen echt eine Sentry. Ah, da hat jemand so eine Mini-Senty zum Glück. Ich glaube, ich geselle mich zu ihnen. Wenn die Runde noch so lange dauern soll. Tja. Was macht der Medic da bei uns? Der Medic soll nicht nach vorne rennen. Verdammt. Das ist Angriff verteidigen, was wir jetzt machen, oder? Jo. So, dann hier. Okay. Mann, ich mag dieses Spray. Oh Gott, da sind welche. Wo denn? Wo bist du? Ich bin beim Punkt und baue hier gerade einen Dispenser. Ein Dispenser? Ach gut. Da ist er. Ich sehe ihn ja. Hast du gesehen, wie unauffällig ich mich hier an dich herangeschlichen habe? Verpiss dich! Ja, verpiss dich! Ich baue hier eine Sentry! Höh! 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 Ich habe ich... Nein! Nein! Das ist Scheiße da! Ich lasse meinen Dispenser in Ruhe! Dispenser! So! Das ist Dispenser! Dispenser! Hey! Das ist Spencer! Verstehst du? Das ist Spencer und Spencer. Zirp, 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 Grön Zirpen. Die ist fertig, die ist auch fertig, die ist auch fertig. Und hier meine kleine süße Mini-Sensri. Mein Lilll-Sensri. So, dann mit dem Teleporter hin. Dann bauen wir den Ausgang mal hier hin. Schon nicht so besonders nützlich, aber... Wenn der auf Stufe 3 ist, dann ist das eigentlich schon ziemlich praktisch. Kritische Raketen, kritische Raketen, kritische Raketen. Ey, ich hab nen Hut bekommen. Was? Den kriegt man doch erst, wenn man 300 Stunden... Ach so, okay. Du hast nen Hut bekommen. Ja. Ja. So, ist zwar nicht so besonders nützlich. Hier gleich ein Teleporter aber für die... Wie viele Schritte sind das? Ja, für die paar Schritte habe ich das glaube ich schon. Ja, spart man sich kurz Zeit. Das ist eine Mini-Sensri. Mr. Miss Kay. Die kann man leider nicht upgraden, aber ich kann sie zerstören. Warum hast du meine Sentries zerstört? Mini-Sensri. Friss das! Mein größter Feind. Ach wirklich? Der ist wieder am Punkt. Der ist wirklich durchgehend am Schießen. Nein, meine Mini-Sensri war teuer. Oh 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 oh. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich hab noch so viel zu tun in meinem jungen Leben. So. Ich hab dir grad deinen Arsch gerettet. Vielen Dank, dass sie meinen Arsch gerettet haben. Kein Problem, immer wieder gerne. Das macht dann 50.000 Euro. Ja, die ist nicht ganz kostenlos, ne? Ich muss davon irgendwas leben. Oh Gott! Was? Achievement. Der... Der löschen der Gentleman. Gentleman. Achso. Oh Gott! Da ist ein... Da ist ein Ding ins 1... Spy bei den Dispensern. Nee, er ist tot. Bei den Sentry. Ja, gut. Er ist tot. Geil, die müssen meinen sinnlosen Teleporter. Mission endet in 60 Sekunden. Na gut, aber das ist ja nur ein Fans angeboten, den muss man ja nicht neben dem Teleporter. So ist es. Hey du! Oh Gott! Da kommt gleich welche! Mach dich auf was gefasst! Ach quatsch! Alle tot! Ah, das ist super was der da macht. Mit dem Dispenser. Mit dem Dispenser. Und als Heavy und an dem Dispenser campen und nur feuern. Das mach ich auch ständig mal. Ja, das ist aber irgendwie verdammt langweilig. Ha! Da ist ein Sniper! Ah, da sind zwei Sniper! Ich hab den Minecrafty gekillt. Ich glaub er spielt Minecraft. Ich bin immer nur der einzige. Ich bin... Ach wer? Ach der... Der Minecrafty 611. Ja, der spielt Minecraft glaube ich. Boah, hast du das denn nur herausgefunden? Ich hab geraten. Du hast geraten. Mann, das kommt aber jetzt aber sehr gut. Da kommt man nicht durch. Na gut, dann würde ich sagen wir wenden den Party auch schon an der Stelle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem Community Let's Play. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut!